Hallo zusammen, es ist 17.38 Uhr am 27. November, wenn ich diesen Clip hier anfange. Der DAX schließt bei 13.335,68 und das ist damit der höchste Kurs seit dem 21.02. Lass dich bitte hiervon nicht blenden, ich mach's mal ein bisschen näher ran. Dieser Kurs wird hier nur dargestellt bis 17.30 Uhr und da waren wir noch bei 62. Es kam aber zum Schluss kurz dann nochmal einen Verkaufsbasket rein, der den DAX unterhalb von dieser Linie, die ich hier gezogen habe, bei 13.350, nochmal drunter gedrückt hat. Nichtsdestotrotz, wir schließen in der Nähe des Tageshofs und wir schließen, wie gesagt, auf dem höchsten Kurs seit dem 21. Februar. Ich fand, die letzte und die vorangegangene Woche war deshalb so interessant, weil man hat so richtig schön die Branchenrotation gesehen. Da waren es dann irgendwann mal die Banken und Versicherungen, dann kamen die Autos dran, dann war es die Chemie, dann kamen die, als letztes jetzt die Versorger dran. Und jetzt kommen die Firmen, die davon profitieren können, dass das vielleicht, sagen wir mal, Anfang, Mitte Februar irgendwie ein bisschen deutlicher besser geht. Sowas wie Berno Ricard, die kommen jetzt auf einmal dran. Ich finde es unheimlich schwierig, hier momentan zu sagen. Also mir reicht es nicht, diese 13.3.35 zu sagen, der Markt ist long. Ich kann jetzt schon das Ergebnis vorher wegnehmen. Das ist vielleicht eine 51.49 Chance für den Markt nach oben. Wichtiger als die Technik scheint mir momentan der Chart selbst zu sein. Gehen wir es mal Punkt für Punkt durch. Schieben wir es mal hier rüber. Die Bänder, wer den Mittwochfilm gesehen hat, die gehen deutlicher zusammen, also wesentlich deutlicher. Das heißt eigentlich Seitwärtsphase oder leicht korrektiv. Die 20-Tage-Linie, die explodiert nach oben. Das sind teilweise 90 Punkte pro Tag. Wir rechnen momentan für heute noch diesen Tag hier mit. Der fällt am Montag weg. Das heißt, es wird noch weiter steigen. Im Gegenzug dazu ist die 10-Tage-Linie, die 10-Tage-Linie fällt dann leicht ab, beziehungsweise geht so in die Horizontale über. Das heißt, die Leute, die nach diesem Trendfolge-Modell 10 bricht 20-Tage-Linie nach oben oder unten handeln, die werden also wahrscheinlich spätestens am Donnerstag hier einen Bruch der Linien feststellen. Muss man mal gucken. Der Trendfolge an sich ist, also MACD, ist noch leicht negativ. Gibt es gar nichts. Wir haben hier in der Stochastik eine negative Divergenz. Die Kurse waren hier, die Technik war hoch, der Kurs ist höher, aber die Technik ist sogar ein bisschen tiefer. Das ist nicht viel, aber es ist zumindest eine. Sie ist noch nicht oder gilt noch nicht als ausgeprägt. Also von daher habe ich eigentlich wirklich nur die Chartpunkte. Und jetzt muss ich den zweiten hier noch einzeichnen. Das ist dieser hier. Ein bisschen höher gemacht. Der kopuliert gerade eben wunderschön mit der 20-Tage-Linie und mit diesem letzten Zwischentief hier. Das sind die beiden Punkte. Und nochmal, lassen Sie sich hierfür nicht verrückt machen. Wir sind bei 35. Ich zeige Ihnen mal. Wo sind wir denn da? Da sind wir... Na, bewegt dich. Da sind wir ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist. Also wir sind drunter. Aber höchster Kurs seit 21.02. Wall Street handelt heute nur bis 19 Uhr. Für diejenigen, die den Film jetzt schon sehen und nicht erst am Samstag oder am Sonntag. Also ich kann mit der Technik momentan hier, die hat keinerlei Signalwirkung, nicht allzu viel anfangen. Ich orientiere mich an den Chartpunkten. Da bin ich oben bei der 13.350 und unten hier so was bei der 12. Na, wo sind wir denn? Rund bei der 13.000. 12.990. Erst drüber mit Schlusskurs mindestens mit einer Stundenkerze oder drunter mit Schlusskurs von mindestens einer Stundenkerze werde ich positiv oder negativ. Dazwischen ist das für mich hier momentan weder Fisch noch Fleisch. Ich habe euch für beide Fälle mal einen Schein mitgebracht. Und zwar für den Fall, dass wir also die 13.350 rausnehmen. Jetzt gibt es folgende Conditio sine qua non. Die meisten Stops im Daytrading, also im DAX-Bereich, liegen so 25 Punkte. Das würde also heißen 13.375. Erst dann geht es bei mir los. Vorher ist das nicht so deutlich. Aber 25 Punkte über diesen Punkt, wo jetzt die Maus liegt, da wird es schon interessanter. Und da gäbe es zum Beispiel einen Schein, der relativ knapp hier unter der 20-Tage-Linie liegt. Die ist also momentan bei 12.950. Das ist ein 12.858er. Also es ist momentan ein 28er Hebel und hat, ist ein unlimitierter Schein, hat die Kennnummer GF69J4. Das ist eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, warten, bis das Ding hier drüber rausgeht, mindestens mit einer Stundenkerze. Vom Short her muss ich hier hintergehen. Und zwar da auch 100 Punkte weg. Das ist dann so 13.570 ungefähr. Das ist knapp. Das ist also knapp im Sinne von, das ist ein sehr hoher Hebel, das wird nicht jedem gefallen. Deswegen tendiere ich zu diesem hier. 13.748. Trotzdem sollte der meines Erachtens nach gestoppt werden. Spätestens, wenn wir über diese Kerze, dieses Hof vom dritten neunten gehen, bei 13.465. Also der hier ist auch ein Open-Endschein, der Put, GD31V1. Aber auch der kommt erst dann in Frage, und da kann man eventuell ein bisschen tiefer gehen, wenn wir hier die 13.000 mal mindestens um 25 Punkte unterbieten. Das ist, ich möchte nicht sagen, das ist ein langweiliger Markt, aber die Aktien machen mehr Spaß als der Index selbst. Muss man sich immer mal wieder überlegen. Und Aktien, da kann ich euch das hier zeigen, für die, die den Film am Mittwoch nicht gesehen haben, jetzt am kommenden Montag. Das ist die Seite der börse-frankfurt.de. Mache ich hier so einen charttechnischen Überblick, wie die Frau Vogt hier so schön geschrieben hat. Das ist um 12 Uhr mittags. Da kann man also, wenn man auf börse-frankfurt.de auf das Bild von eben geht, kommt man hier drauf. Das ist kostenlos. Da kann man sich anmelden. Da geht es um Allianz, Commerzbank, Bayer, VW, SAP und Adidas. Adidas ist der Satzwert. Wenn irgendwie am Montag noch was ganz Tolles irgendwo passiert, dann werde ich die Adidas durch den tollen Wert, der dann da reinkommt, ersetzen. Aber das ist eine Möglichkeit, 12 Uhr am Montag. Und damit gehe ich hier wieder zurück und wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.